Der Zona-Mikrofon mit dem Cartoon-Fisch-Stil vom Killer-Küken und das könnt ihr bekommen, wenn ihr verschiedene Gegenstände herstellt. Fünf Stück an der Zahl, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt einmal. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr das Ganze machen könnt. Die erste Möglichkeit ist mit Schrauben. Hier seht ihr zum Beispiel, welche Waffen ich alle anpassen kann, weil ich jetzt gerade schon Schrauben dabei habe. Dann geht ihr einmal nach rechts auf Handwerk und dann könnt ihr das hochcraften. Jetzt habe ich zum Beispiel aus dem blauen Sturmgewehr ein Schall gedämpftes Sturmgewehr gemacht. Hier habe ich zum Beispiel Schrauben jetzt am Boden gefunden, ansonsten könnt ihr die auch noch in solch roten Werkzeugkoffern hier finden. Hebt diese auf, sucht euch eine ruhige Ecke, lasst euch nicht abschießen oder stören und dann sucht ihr euch eine Waffe aus, die ihr einmal umrüsten wollt. Hier mache ich zum Beispiel aus der MP eine Mini-Uzzi und habe hier meinen Auftrag damit schon abgeschlossen. Den Jägermantel könnt ihr euch auch craften, das Ganze zählt aber nicht für euren Auftrag, also könnt ihr euch auf jeden Fall sparen. Braucht ihr nicht auszuprobieren, das zählt nicht für euer Killer-Küken. Was aber noch zählt und damit kommen wir zur zweiten Alternative, sind die Würfel-Monster-Teile. Also ihr landet am besten in solch einer Kipp-Welt-Anomalie, die öffnet sich dann, öffnet mal eben eine Truhe und ballert hier ein paar Monster über den Haufen und diese droppen dann so Würfel-Monster-Teile hier, so sieht das Ganze aus. Die sammelt ihr dann fleißig auf und schießt noch ein paar Monster über den Haufen und wenn die ganze Welt sich schließt oder ihr sie abgeschlossen habt, könnt ihr hier diese Kipp-Welt-Anomalie-Waffen, die ihr aus der Truhe gezogen habt, auch nochmal aufrüsten. So könnt ihr auch die Challenge kompleten, aber bedenkt wird dir, die Würfel-Monster-Teile gehen natürlich nur bei Kipp-Welt-Waffen. Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen und geholfen, falls ihr nur auf meinem Channel seid, lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns, haut rein.